Hey und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, euer Tobi Lisi und ja Freunde, ich habe jetzt die Musik angepasst, dass es nicht mehr so stört, weil ich habe sie jetzt komplett ausgeschalten. Die braucht auch kein Mensch und auch an sich die Kreaturen und so sind leiser. Wir sind gerade in unserer Lucky Block Welt, wie jeden Tag. Das ist das erste von zwei Videos bis heute und ähm, verdrückt, starren wir ziemlich langweilig, weil ich schnell was zu essen brauche. Und ja, gib gerne dem Video einen Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Lucky Block Videos mehr zu verpassen. Jeden Tag zwei. Ich überlege, ob ich am Wochenende vielleicht sogar drei mache, aber das ist spontan. Heute in der Folge noch kein Lucky Block und wir sind schon von der ersten Minute um. Die Zeit rennt weg. Ah doch, einen haben wir geöffnet, aber da war nichts drin. Schon wieder vergessen. Wieder ich in klein. So. Er merkt irgendwas für Nütiges aus, wenn du noch die Blöcken bekommen. Ah, okay. Keinen Fallschaden, gut zu wissen. Oder? Doch, aber kein Golden. Huddersen, gut zu wissen. Die. Die, die S-WHO. Die. Die. jetzt sind wir ungefähr bei der hälfte also ein bisschen mehr wie die hälfte aber also der zweite teil wird ja heute auch noch hochgeladen da glaube ich würde ein bisschen besser laufen aber ja diese coolen ich jetzt die so richtig lang kommt weg so langsam können wir schon unseren letzten Lucky Block für den Tag suchen ich bin gespannt wie lange wir brauchen bis wir irgendwie Schäden oder sowas bekommen also Schäden Türen dahinten ist Schäden Lucky Block unser zweiter ich hoffe der wird es besser wie der andere viel angenehmer ist wie viele Herzen das auch sind stört die ein bisschen ich hoffe auch nicht also ungewohnte Schuhen ich glaube wir brauchen jetzt unseren letzten Lucky Block für die Folge ist ja leider schon um ich glaube wir brauchen jetzt unseren letzten Lucky Block für die Folge ist ja leider schon um so bitte ist hier noch irgendwas bitte ja 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 hier kommt einfach keiner tnt mal was anderes es sind nur pfeile es sind wirklich nur pfeile aus unserem letzten blog dieser folge ich möchte ich möchte mehr haben ja das war's mit dem video